1, 2, 3 Sommer 18, Berlin ist meine Stadt Ich war zu lang auf der Ravebahn, ich kann nicht mehr schlafen Was war mit dem Subway, mit dem Dancing, mit dem Musik Ich habe das Video wirklich gefühlt, ich dachte, die Musik war sehr gut, aber ich dachte, die Geschichte Die Geschichte war sehr klar, wie er war, die Musik war, auch die Musik war Und was zeigen, wie er was, wie er die Musik war, wirklich, wie er war Und es war eine sehr gute Geschichte und ich dachte, es war ein gutes Gefühl mit dem Musik Ich glaube, es war sehr wichtig, dass es eine sehr wunderschöne fühle, und es hat eine sehr wunderschöne fühle. Von der Beginn der Aesthetik mit der cinematografie und der color-scheme und der overallen Image spoke zu viel meiner eigenen Aesthetik, denn ich bin auch ein Storyteller und ein Creator. Es war sehr gut, es war eine meiner Lieblings-Fähigkeiten. Es war sehr viel Spaß und es war sehr einfach. Ich habe eine Chance zu sehen, dass es nicht eigentlich über die Aliens ist. Ich habe eine andere Frage, ich dachte, es war über Touch und den concepten der Welt, die Menschen von jemandem zu kommen. Es begann es, dass alle Menschen zu stoppen und dann das Touch-in-Moment, so they don't have a connection but then you've got the individuals around them distracting them so they lose the touch and then it's just that whole effect of how touch can change animosity into either passion or understanding but you can lose yourself and get distracted in the end and I think at the very end where she had that tattoo it was the same as the guys in the front that were there to distract she might have ended up being his distraction when his purpose was maybe to continue other people to continue that time? I really like the music for me it was very, I guess it just drew me in all along and I think the European movies and the way the filmmakers make them movies are so different so avant-garde, it gives you such a different perspective and such a realness to it, I also concur in the way the cinematography, the way it was shot I like the lighting, the blue and the reds, it really pulled me in a bit of that sci-fi feeling I didn't know he was a robot but obviously in certain parts you'd see like this guy, where's he from the whole planet and it was really interesting on the dance floor, the distance it wasn't far away from each other but yet soon, trying to get together like he was saying you know how in society the social media and everything keeps you apart and then eventually they came together and it wasn't just in your face it was sort of gradually they drew and magnetised toward each other and it was kind of interesting I love it absolutely I love it I love it and I love you 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 Vielen Dank.